Salina, guck hin! Pass auf, was ist jetzt passiert? Alter! Stehen geblieben! Fahrer in Ordnung? Ja. Ich glaube ja. Alter! Hat funktioniert! Das hätte ich nicht gedacht. Mit dem Fahrer, genau. Habe, war das deine Maschine? Habe, war das deine Maschine? Bindemittel! Habe! Macht der Geräusche, der Fahrer? Alter, hat sich die Maschine zerrissen. Was ist denn mit dem Fahrer? Macht der Geräusche? Papa, warum gibst du ihnen deine Maschine und der macht die gleich kaputt? Hör mal, der Fahrer ist glaube ich nicht so groß, oder? Ne. Wer ist denn dafür verantwortlich, wenn da was ist? Also, ich guck dir das an, das ist doch der Fahrer aus. Das ist doch der Fahrer. Das ist doch der Fahrer. Das hätte ich mir gedacht. Das hat glaube ich den Fahrer ganz schön jetzt erwischt, Alter. Hast du gesehen, was das Ding für ein Sprung gemacht hat, die Maschine? Ja. Das sind die Geräusche vom Fahrer, die der macht. Hör auf jetzt. Papa. Scheiße. Papa. War das deine Maschine? Warum hast du die gegebenen hast, kaputt? Damit er das testen kann. Ja. Und wie kannst du dieses Jahr wieder reparieren? Dus klang auf, dann? 그만. Ja, danke.